Ja, hier ein ganz hervorragendes Produkt. Energy 5, das ist Emergency Food, Notverpflegung, Kompaktweizenriegel, das ist die Basis des Lebensmittelvorrats, Weizen. Hier haben wir etwa handgroße Boxen, 500 Gramm schwer, 9 Riegel, 9600 Kilo Joule, das sind 2300 Kilo Kalorien, etwa eine Tagesration, eventuell auch zwei, im äußersten Notfall. Da ist alles enthalten, was wir zum Überleben brauchen. Ein ganz einfacher Einstieg in den Notvorrat kann hier gefunden werden. Gerösteter Weizen, pflanzliches Fett, Zucker, pflanzliches Eiweiß, Malz, Vitamine und Mineralien. Enthält keine tierischen Inhaltsstoffe, das ist vielleicht wichtig für viele. Gerade in der Anfangszeit einer Krise wollen wir nicht an Kochen denken, das heißt hier ohne Kochen verspeisen, einfach aufreißen, Wasser dazu trinken. Bei Kindern das Wasser abkochen, ist hier empfohlen, ganz einfach zu handhaben. Wir brauchen keine Gefäße zu kaufen. Diese Kompaktweizenriegel nehmen nicht viel Platz weg. Kann ich nur wärmstens empfehlen, diese Kompaktweizenriegel und hoffe, dass hier jeder erkennt, dass diese Kompaktweizenriegel im Grunde in jeden Haushalt gehören als Notvorrat. Die Haltbarkeit ist natürlich auch interessant. Wir haben hier 10 Jahre mindestens, das ist super. Das heißt, auch über die Haltbarkeit brauchen wir uns hier keine Gedanken mehr machen. Bei guter Lagerung wesentlich länger haltbar. Ich empfehle dieses Produkt einzukaufen und einzulagern, denn hier haben wir den schnellen Einstieg in den Notvorrat gefunden. Energy 5 Kompaktweizenriegel. Wunderbar, wirklich zu empfehlen. Schmeckt etwas süßlich, angenehmer Geschmack. Wirklich klasse. Ja, hier öffnen wir die Packung einmal. Diese Box mit den neuen Riegeln, die sind abgepackt in einer Folie. In einer Art Aluminiumfolie. Unter Vakuum. Wir brauchen da gar keine Schere dazu. Einfach aufreißen. Und schon haben wir hier die neuen Riegel Kompaktweizen zur Verfügung. Ist also kinderleicht, hier das Ganze aufzumachen. Und wie gesagt, ohne kochen zu verwenden. Ganz einfach hier dieser Notvorrat. Und diese Riegel sind nochmal verpackt in Plastikfolie. Auch hier ohne Schere. Ganz einfach zu öffnen. Das Ganze schmeckt süßlich, wie ein Weizenbrei eben schmeckt. Und hier jetzt die Konsistenz. Ganz einfach dann auch zu verarbeiten. Hier locker. Leicht zu zerbröseln. Ganz hervorragend mit etwas Wasser verspeisen. Oder zu einem Brei anrühren. Ich kann dieses Produkt wirklich wärmstens empfehlen. Ist ganz hervorragend. Schmeckt wirklich gut. Und hier ganz klar zu empfehlen. Energy Five. Ja, wir schauen uns jetzt noch kurz an, wie das Ganze verpackt wird. Es werden 24 Boxen, kleine Boxen, a 500 Gramm, in einen großen Karton gepackt und versendet. Hier das Ganze ist etwa eine Monatsration für eine erwachsene Person. Eventuell auch mehr. 24 einzelne Boxen. Energy Five. Der Karton wiegt ca. 12 Kilo. Ist 38 cm lang, 17 cm breit und 29 cm hoch. Das Ganze lässt sich also hervorragend stapeln, hervorragend lagern. Und hält sich, wie gesagt, mindestens 10 Jahre. Energy Five. Eine ganz hervorragende Lösung für den Notvorrat. 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 Eine ganz hervorragende Lösung für den Notvorrat.